Fünf, sechs, sieben, acht, neun, vier, zehn, sit up, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Erfdruck, einer noch, zehn, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Jungs, das war super toll, also ihr habt zugehört, ihr habt mitgemacht, ich musste nicht rumschreien, das war sehr schön. Endlich mal, so muss es sein. Guckt euch mal einmal an, wie sehen wir zum Beispiel, ich möchte demnächst T-Shirts für Kinder aufstellen, ich hoffe, das schaffe ich bald. Und ich möchte, dass ihr alle von uns ein T-Shirt anziehen, wenn wir Kickboxen machen, wo ist unten? Dass jeder mindestens, guckt euch an, wenn ihr seid, vielleicht kriegt ihr das günstiger, aber dass jeder eine Kickbox holt, sondern ein Kickbox-T-Shirt, dass wir allen einhalten müssen. Das ist wichtig. Sonst kommt einer rein, wie, als wir auch, wie es ist, habe ich das Gefühl, dass wir ein Kickbox-T-Shirt tun. Das ist keine normale Sportunterricht, das ist eine Kampfsport-Unterrichtung. Und wir sollen sowas sehen, wie ein T-Shirt tun. Sollst du besser, dann wird gesammelt, mich stellt, besser drauf. Ja, ich stelle jetzt hier zu Stutt, und nicht fest, nichts zu gewöhnen. Und dann kaufen wir alle... Auch Hosen, nicht? Auch Hosen, wenn ich zu Stuttgart, kann ich Kürze hier drauf. Dann nehmen wir die Würstchen, und dann bestelle ich für alle, statt Fetz, ich höre, können wir gleich Kürze hier drauf. Da kann man einen Zornschirm verkleinern. Ja, ja, kann man auch wieder drauf. Und mit T-Shirt, dass alle, die leicht aussehen, ich möchte, dass ihr, auch beim Fußball, ihr könnt ja nicht, ihr geht auch nicht um, also nicht mit solchen Hosen an. Ja, das muss sein. Okay? Okay? Auge, an Auge, sehr gut.